Ja, guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, liebe Nose-Booch-Podcast-Zuschauer. Freunde des guten Geschmacks, wir sind wieder rein unterwegs heute Abend in Rammstadt mit Rotbier am Start. Das Zelt ist ziemlich groß, wir freuen uns mega und was wir genau erlebt haben und wie das genau alles aussah, das seht ihr jetzt. Ich weiß, ich bin lauter und was sich angeht, auch schon in der Säge. 100%! Yeah! Ich wollte dir nur ein bisschen. Wir kommen, wenn er ist so. Habst du, ich sei, der Dich ist in allem. Der Sommer dieses Jahr ist leider schon vorbei, aber ich bin mir sicher, wenn wir Vollgas geben, können wir jetzt Runden nach Amsterdam holen. Seid ihr dabei? Zwei, zwei, drei, vier, drei, vier, drei… Da strahlt der smarte Daniel über alle vier Packen. Was hast du da denn schönes, Daniel? Also ich sag's, wir sehen es, keiner von euch kriegt was. Das klingt im ersten Moment ziemlich egal, aber die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass es besser ist. Da, 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 da. Aber, Stein und Eis in Licht, aber, Stein, wenn die Gehundes ist. Alles, alles geht vorbei, doch wir sind uns treu, Himmeinung. Habe uns dein, uns reißen Leben Alle unsere, unsere Liebe gibt Alle unsere, unsere Liebe gibt Das war's von Ramstal, hier bei NOSBEECH, haben wir einen Spaß. Die nächsten Termine seht ihr hier unten eingeblendet. Wann wird es euch gegeben? Kommt zum Beispiel am 18.10. in Stangenroth. Kommt uns besuchen oder beziehst uns auf der Baupage. NOSBEECH.com geht es an. Das nächste Mal, danke fürs Zuschauen. Bleibt es auch. Bis zum nächsten Mal.